Mein Name ist Michael Giesen, ich bin Abteilungsleiter des IT-Consultings bei Laudat. Meinen Vortrag sollte man nicht verpassen, wenn man daran interessiert ist, wie man automatisiert die Qualität in Dynamic Publishing-Projekten sicherstellen kann. Ich war schon mehrere Male beim Print Day und es ist wirklich eine tolle Veranstaltung. Das Besondere hier ist, es ist wie eine große Familie.